Community Kopfbau Season 4 Freunde, wir starten rein, es geht wieder los. Wir hatten ja schon drei Staffeln von Community Kopfbau und es war immer geil eure Videos zu sehen, wie ihr ein Köpfchen baut und ich konnte noch meinen Senf dazu geben. Allerdings konnte ich irgendwann immer weniger meinen Senf dazu geben, weil ihr immer bessere Köpfe gebaut habt, bis zu einem Punkt, wo ich mir schon gedacht habe, eigentlich bringt das Community Kopfbau nichts mehr, ihr baut so gute Köpfe, ich gucke mir da immer ein 10 Minuten Video von euch an und sage dann einmal, sieht gut aus. Und dann haben wir uns das nächste Video angeguckt und ich habe wieder gesagt, sieht gut aus. Also so hat das irgendwie relativ wenig gebracht und deshalb haben wir uns dieses Mal für Staffel 4 auch was anderes überlegt. Wir werden das Ganze in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Es gibt einmal die Rookies, die immer noch ganz normal, wenn ihr jetzt neu im Shisha-Bereich seid oder euer Kopfbau läuft noch nicht so gut, ihr wollt ja gerne ein paar Tipps von mir haben, könnt ihr ganz normal ein Video von eurem Kopfbau drehen, könnt mir das schicken und ich versuche das zu analysieren und euch noch ein paar Tipps zu geben, falls ich da was sehe übers Video, dann machen wir das so und dann wird euer Kopfbau hoffentlich geiler. Für alle, die schon gute Köpfe bauen können und sagen, naja, Tipps von Marvin brauche ich eigentlich nicht, ich gucke jetzt seit irgendwie 33 Jahren hier seine Videos und mittlerweile habe ich selbst 12.000 Köpfe gebaut und das läuft, dann gibt es die Pro-Kategorie und in der Pro-Kategorie könnt ihr ja normal schon Köpfe bauen, aber vielleicht nicht, wenn wir euch dann noch eine kleine Challenge oben drauf geben und genau so wird das in der Pro-Variante sein. Erstmal grundlegend für alle, die teilnehmen, gibt es ein paar Regeln. Die grundlegenden Regeln sind, das Video sollte zwischen 7 und 10 Minuten lang sein, damit wir von keinem irgendwie ein Video bekommen, was in drei Sekunden durch ist und wir sehen fast nichts, aber wir wollen auch von niemandem hier irgendwie einen Zwei-Stunden-Vortrag, so dass das eben schön für einen Stream gemacht ist, wir uns ein paar davon angucken können in jedem Stream und wir da was Nettes sehen. Video und Audio sollte in der angenehmen Qualität sein. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Cinema-Kamera auspacken und noch 18 Lichtstative aufbauen, aber es sollte auch nicht irgendwie mit einem ersten iPhone gefilmt sein und einer 3 Megapixel-Kamera und überall rauscht alles und man sieht nichts und man hört nichts. Guckt einfach, dass ihr vielleicht ein halbwegs aktuelles Handy nehmt, was ihr irgendwo rumliegen habt, das ist vollkommen ausreichend, aber so wäre es auf jeden Fall schön. Die Qualität sollte nicht so schlecht sein, dass wir die ganze Zeit Pain beim Schauen haben. Das ist eigentlich alles, was ich will. Das Ganze soll ja dann auch noch in Videos gepackt werden, wir wollen uns einen Stream angucken und wenn man dann nicht versteht, was gesagt wird oder der Ventilator im Hintergrund die ganze Zeit rauscht wie Sau, dann wäre das nicht so cool. Also einfach eine angenehme Videoqualität. Und da wir das Ganze auch auf YouTube gucken wollen, sollte das in einem 16 zu 9 Format sein. Also nicht, es sollte, es muss in einem 16 zu 9 Format sein. Das heißt Breitbild, nicht hochkant wie TikTok, sondern Breitbild wie YouTube. Wenn jemand ein Hochkant-Video einschickt, wird das direkt aussortiert und dann sieht es niemand. Also macht euch nicht die Arbeit, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann wird es niemals jemand sehen. Und ganz wichtig, keine Musik. Nein, auch nicht deine selbstgemachte Musik. Nein, auch keine Musik, für die du irgendwo irgendwann mal die Rechte hattest. Die Regel ist einfach, keine Musik jeglicher Art. Und egal, was du dir jetzt denkst, naja, aber ich habe ja das und das, ich frage mal, nein, keine Musik. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum reitest du da so drauf rum? Ich habe meine Erfahrungen gemacht in den ersten drei Staffeln. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Keine Musik jeglicher Art. Wenn da irgendwo Musik läuft, kommt das Video nicht rein, weil ich auf YouTube niemals dafür garantieren kann, ob ich die Rechte habe, ob ihr die Rechte für immer habt, ob der andere weiß, dass ihr die Rechte habt und ich habe trotzdem Probleme damit. Keine Musik. Bitte. Und natürlich sollte die 18 Jahre alt sein. Ich will nicht das Rauchen bei Minderjährigen promoten oder irgendeine Scheiße. Also wenn ihr minderjährig seid, dann denkt gar nicht erst drüber nach, mitzumachen. Wer nicht volljährig ist, der macht nicht mit. Wer minderjährig aussieht oder von dem ich denke, der könnte maybe minderjährig sein. Oder wenn ich von jemandem denke, dass er minderjährig sein könnte, dann werde ich auch mal nachfragen und sagen, ey, hast du irgendeinen Altersnachweis für mich? Du siehst ein bisschen jung aus. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Und dann werden wir uns dann einen Altersnachweis holen. Also erst ab 18 bitte mitmachen. Und mit dem Einsenden von dem Video erklärt ihr euch auch einverstanden, dass das Ganze bei mir auf YouTube im Stream geguckt wird, auf Twitch im Stream geguckt wird, in einem YouTube-Video landet und vielleicht mache ich sogar nochmal einen TikTok dazu oder eine Story drüber oder so. Da seid ihr dann, also wenn ihr das Formular dann ausfüllt, dann seid ihr damit einverstanden. Wenn ihr das anklickt, dass ihr einverstanden seid. Und speaking of Formular, das Formular gibt es hier. Also ist für euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das auch nochmal alles durchlesen. Wie gesagt, es gibt Pros und Rookies und hier sind auch nochmal alle Regeln. Und dann werdet ihr natürlich gefragt, in welcher Kategorie ihr teilnehmen wollt. Und je nachdem, in welcher Kategorie ihr seid, kommt ihr dann in diesem Dokument eben weiter. Bei den Pro-Challenges haben wir uns ein paar verschiedene Sachen ausgedacht. Einmal zum Beispiel Wrong Turn, Kopf mit der falschen Hand bauen. Heißt, wenn du nochmal Rechtshänder bist, baust du dann mit der linken Hand auf einmal deinen Kopf. Blind Date, du baust den Kopf blind, aber dir kann jemand aus deinem Umfeld helfen. Heißt, du verbindest dir die Augen und irgendjemand anderes sagt dir, ja, da muss noch ein bisschen hin oder dreh mal noch 10 Grad nach links oder irgendwie so. Du kannst dir schon helfen lassen, aber du darfst auf jeden Fall nichts sehen. Das ist die Challenge. Okay? Dann haben wir Reverse-Kopfbau und das ist ganz wild. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt euer Kopfbaubrett vor euch liegen und ihr wisst, ihr wollt ein Funnel-Depot bauen. Dann baut ihr auf dem Kopfbaubrett einfach so eine runde Wurst an Tabak, legt dann euren Kopf drauf und dreht das Ganze einfach um. Sodass der Tabak dann in euren Kopf fällt und so müsst ihr das Ganze dann rauchen. Dann haben wir Go Fast, das ist relativ schnell erklärt. Für den Mehrloch habt ihr 15 Sekunden Zeit und für den Funnel habt ihr 30 Sekunden Zeit. Also einfach schnell einen Kopf bauen. Monohand ist auch einfach erklärt, ihr müsst die Hände so aneinander halten, dann hier einmal Tape drum machen und dann mit den zusammengetapten Händen ein Köpfchen bauen. So gut es geht. Dann haben wir Need Vitamins. Das ist ein Fruchtkopf. Tobt euch aus, denkt euch was Witziges aus, baut eine Wassermelone-Hochkant, baut eine, weiß ich nicht, Drachenfrucht, weil es verrückt aussieht. Versucht einen Bananenkopf oder wie in guter alter Oldschool Atomhamster-Manier einen Gurkenkopf oder sowas bauen. Überlegt euch was Schönes, könnte witzig werden. Jackie Chan haben wir, da müsst ihr mit einem Essstäbchen Kopf bauen. Perfectionist ist praktisch erst eine Grammzahl nennen und dann möglichst nah dran kommen. Family and Friends, das heißt du suchst dir jemanden, der für dich den Kopf baut und du gibst ihm eine verbale Anleitung, wie das Ganze sein soll. Dann gibt es noch Freestyle, baue einen Kopf mit einem beliebigen Körperteil und das soll natürlich nicht not safe for work sein. Also obviously seid bitte angezogen. Danke. Get some rest, hinlegen und einen Kopf bauen, während du auf dem Boden liest. Hecyclist, baue einen Kopf, während du auf dem Fahrrad bist. Achtung, nur wenn du das wirklich kannst, ich übernehme keinerlei Haftung. Wenn du denkst, du kannst das, dann probiere es aus. Wenn du denkst, du kannst das nicht, dann lass es lieber erst. Dann Low Load und High Load. Das heißt, mit einem Low Load ein möglichst krasses Overpack bauen, das du dann aber auch noch rauchen kannst. Und dann noch Double Tap, nimm dir einen Funnel, steck ihn auf die Pfeife, baue einen Meerlochkopf, stell ihn auf den Funnel und dann rauchst du das Ganze. Und falls jemand noch eine super gute Challenge im Kopf hat, schreib mir gerne oder schreib eine Challenge unten in die Kommentare. Vielleicht fügen wir da auch noch was hinzu und dann kann man das da auch noch mit auswählen. Und dann bei den Rookie-Kopfbautipps, also das war jetzt praktisch die Pro-Kategorie. Rookie heißt, wenn ihr denkt, ich kann einen Kopf bauen, ich will keine Tipps von Marv, bei mir läuft das, aber ich habe Bock da mitzumachen, ich habe Bock da ein Video hinzuschicken, ich habe Bock Marv ins Reaktion zu sehen. Wenn er sich das Ganze im Stream ansieht und auch zu wissen, was der Chat dann dazu sagt, dann seid ihr in der Pro-Kategorie richtig. Wenn ihr sagt, ich rauche noch nicht so lange oder ich habe hier noch einen neuen Kopf und der läuft nicht so gut, dann kommt in die Rookie-Kategorie. Und da könnt ihr uns dann einmal erst mal zeigen, was ihr so habt an Shisha-Equipment. Einfach mal kurz drüber filmen, falls wir dann vielleicht irgendwie was sehen, wo wir sagen, ah, statt dem Kopf könntest du auch mal den probieren oder vielleicht gefällt dir das Setup besser. Dann baust du einfach deinen Kopf. Wenn du mit einem gewissen Punkt schon Probleme hast, also du weißt, ey, bei mir liegt das irgendwie, ich habe nie Durchzug. Dann sagt das dazu, wenn du den Kopf baust, damit ich da schon mal Bescheid weiß. Und was ich auch super cool finde, sowohl bei den Pros als auch bei den Rookies, baut gerne euren Lieblings-Mix und erzählt da gerade noch was zu. Wenn ihr nur einen Tabak habt und ihr raucht immer nur einen Doppelapfel oder ihr raucht immer nur einen Traube, weil das ist die eine Sorte, die ihr gerade daheim habt, kein Problem, dann raucht einfach Traube, alles gut. Aber wenn ihr einen Lieblings-Mix habt, dann zeigt den uns gerne noch kurz. Würde mich auch noch interessieren. Und dann in der Rookie-Kategorie natürlich noch den Kopf starten, Kohle drauflegen, 10 Minuten anrauchen und uns dann nochmal die Rauchentwicklung zeigen. Und das war es eigentlich schon von den Regeln und von dem Ablauf. Und jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch da fleißig eintragt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link. Tragt euch da ein, wir kontaktieren euch, wir teilen die Challenges ein bei der Pro-Kategorie und dann kann es bald im Stream wieder losgehen mit Community-Kopfbau. Ich habe Bock, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr schickt ordentlich alle Videos ein, damit wir ganz fleißig und ganz lange Community-Kopfbau im Stream machen können. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.